Hallo! Willkommen im Kraftmagazenter! Merci, dass ihr bei euch kommt. Mein Name ist Marc. Und ich bin Jenny. Wir sind Gründer vom Kraftmagazenter bei Kikio Fit. Heute zu Bernding. Und wir wollen euch ein bisschen Gedanken über den ersten Schritt in unserem Zentrum haben. Ja, genau. Die Runde ist also gut für ein Special-Offer-Web-Special. Super, ich gratuliere euch für diesen Schwer. Das ist der echte größte Schritt für bei uns Mama zu gehen und der Ziel, der dir ausstrebt und zu gut. Gratuliere! Genau. An den nächsten Tag ich kriege von uns eine Reihe von E-Mailen, die ich für euch erklären werde, wie wir ein komplettes Team schaffen und wer dir alles an den Kuren bei uns machen könnte. Ich höre mich an E-Mailen oft und lese sie gut durch. Ihr werdet den Spaßfaktor bei uns am Zentrum erstellen. Wenn dir eine Runde gibt, habe ich ein paar Details. Das aufgeht euch zu drei Kuren und ich höre die große Schwer-Kuren, die mir ich proposiere. Und du, Marc? Ja, genau. So war es. Ob Kraftmager Level 8, All Levels, Backlash, TRX, Fight-to-Fight, Functional Training, Body Pump, all das Kuren stehen auf. Ich hoffe noch, dass ein Welcome Caddo euch gefallen hat. Aber das ist nicht der einzige Caddo, den wir wollen, für euch holen. Und das ist wichtig, dass ihr nicht verpasst. Dafür haben wir noch ein ganz spezielles Laufen für euch. Jenny, vielleicht kannst du ihnen dazu ermöglichen. Ja. Mal ganz einfach, von denen du im ersten oder zweiten Kurs bei uns entschieden hast, ihr ein Abonnement zu unterschreiben, dann schenken wir euch die 24 Euro Ninger Nunch. Ja, du bist richtig. Wir machen euch auf Ihrem neuen Abo ein Remis von 24 Euro Ninger Nunch, der euch schon bezahlt hat, wie ihr ihr Webspecial angedrohen wird. Also, drun denken. Echt Training, zweitentraining, und erschreifen, wann ihr wollt, von der Remis von 24 Ninger Nunch profitieren. Bleibe schüssen und nur noch einmal merci zuzuhn an euch neue zu eurem Schwarzen felicitieren. Ihr habt den ersten Schraut und neutliefe gemacht. Voller Spaß an der Rottur und hier am Kraftmager zerte Lötzebüch bei Kiko findet. Lose es zusammen, der Ziele, oh gut. Also, bis geschwender. Tschüss.